An der Einteilung der Arbeitszeit ändert sich durch die Arbeitszeitreform zunächst einmal gar nichts. Die jeweils geltenen Rahmenbedingungen, also insbesondere ein vereinbarter Gleitzeitrahmen, sowie auch eine allenfalls vorgesehene Kernarbeitszeit sind weiter zu beachten. Ist in der Gleitzeitvereinbarung beispielsweise eine normale Arbeitszeit von bis zu 10 Stunden vorgesehen, hat der Mitarbeiter diese weiterhin zu beachten. Eine Ausdehnung oder ein mögliches Arbeiten von 12 Stunden täglich erfordert eben die Ausdehnung der Normalarbeitszeit in der geltenden Gleitzeitvereinbarung und setzt daher ein Handeln der Betriebsparteien in aller Regel voraus. Es gibt zugegeben auch einige Betriebsvereinbarungen oder Gleitzeitregelungen, die das bereits jetzt zulassen. Das ist aber eher die Ausnahme und weniger die Regel. Wenn eine Arbeitszeit auf bis zu 12 Stunden täglich ausgedehnt wird, was jetzt nach der Arbeitszeitreform möglich ist, dann sollte auch die Kernarbeitszeit, sofern eine solche überhaupt vorgesehen ist, in einem angemessenen Verhältnis dazu stehen. Als Faustregel gilt dazu etwa 50 Prozent. Das bedeutet, bei einer 12 Stunden täglichen Normalarbeitszeit sollte die Kernarbeitszeit rund sechs Stunden betragen. Das ist aber auch ein paar Tage.